und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hierbei ihr seht schon der alpha ist wieder da der tombstone der ralf alle sind wir da wir gehen in die nächste runde drei versus drei wir kämpfen heute wieder für den sieg natürlich ich grüße euch wie geht es euch also mir geht soweit sehr gut wie geht es euch ich kann auch nicht klagen danke mir geht das wunderbar wollen wir direkt starten ihr denkt dran leiten kommentieren abonnieren in die video beschreibung schauen meinem twitch account folgen da würde ich mich noch gerne über ein paar follower freuen und natürlich fangen wir jetzt an und gewinnen ja sicher hoffe ich doch aber ich bin mir sicher ich bin mir ganz sicher angekommen ich versuche den ball wieder nach rechts zu kriegen ja nur ein ausgespielt hat er selber gemacht ja ich glaube das war der gegner der dass ich noch eben das ei selber sich da reingelegt hat das ist das ist ja fast eine kopie von dem spiel gestern von dem ersten spiel da war auch das erste tor ein eigentor da hatte glaube ich der alpha so ein weitschuss gemacht die gegner sich den gegen selber ins netz gelegt das kann ich jetzt nicht ein gutes oben ist aber ich glaube schon und ich sehe aber nicht getroffen nein er block den noch offen man er steht einfach nur blöd im weg und hält den ball wo ich hab dir dann muss schade wollte eigentlich dann vorbeifahren sehr gut du kriegst du bist nicht so ich hab da vorne auf dem boost mitgehen lassen sehr gut sehr gut gut dass du da guck wie wir spielen wie eine einheit zusammen das ist ja genial und wir die homo explosion ja genau das ist schade okay aber 21 ist okay zweitens okay und ihr denkt dran am freitag ist das spiel tombstone und ich gegen den alpha und den gast der morgen dabei ist also gerne mal reinschauen und freitag dann schauen wir mal wer ist der bessere absolut um ihre tische ja habe ich schade dass ich krieg noch mal konnte nur nicht auf dem block ich habe ihn nur ein bisschen zurückhaltend da waren leider nicht mehr drin das ist doch gut aus ich habe eine ganze zeit tasten alpha bist du bist du tastatur spieler nee nee dann doch die kontrolle kontrolle der so klickt ich dachte schon das wäre jetzt hatte ich jetzt ein bisschen glück dass ich den ball noch hatte ich dachte du wärst dass das spiel ich hau so auf dem controller um manchmal dann ja das hätte mich jetzt mal interessiert weil ich habe mal versucht mit das dazu zu spielen ja sehr schwierig also ich habe zwei kumpels die spielen mit tastatur die können also richtig gut aber jemand in der mitte ja jetzt schön sehr schöner pass 3 1 jetzt haben wir alle ein tor gemacht jetzt sind wir alle erst mal zufrieden für das spiel hoffe ich vor dieser bau schön die trägst besucht ja das ist also die gefällt mir auch sehr gut ja okay so ich weiß gar nicht mal ist der spieler über das spieler oder so kann er sein was soll das sehen ja wir die haben eine afkala da der bis gott oder wieder heißt okay ich habe mich schon gedacht warum treffen die beiden beide den ball nicht aber okay ja dann nehme ich das tor noch mit aufgabe das ihr seht das die haben so ein respekt weil wir einen alpha im team haben die geben alle nasen lang auf wir können ja nichts anderes machen so hätte den rocket league das geschäft stell dir vor der der afk war der ist auch noch von denen daran höchste noch gewesen ja super toll ja gut passiert passiert wir können uns freuen wir haben wieder ein sieg und ich bin zufrieden also es läuft wirklich sehr gut wir hatten jetzt drei spiele drei siegen also gestern wenn das so weiter geht nächste woche ssl ja mal locker aber locker du bist du bescheid der alpha mit uns bis ssl ziehen alle haben sie ja dubi oder fünf sekunden fünf sekunden regel ja weiß auch nicht scheinen gute so um zu sein ja das nehmen wir mit das immer weiter immer weiter natürlich wir knüppeln hier richtig raus vorsicht vorsicht ist da noch einer da ja so mal weiterzumachen mit leider zwei vorkommen der fliegt und fliegt und fliegt und das gibt es auch nicht was für ein pass und was für ein schuss unglaublich sehr guter passt sehr guter pass aber ich weiß auch nicht ob wir direkt reingegangen wäre ich glaube nicht daneben gegangen 20 auf links vorsicht ja ich habe mich bereit da obwohl ich schon zu niedrig ich glaube hier mit 0 booster mit 12 ruhig wurde gebarmt kann ein übernehmen versuche ich war noch mit nur boost einfach ganz ruhig und auch den leben ja ja das war aber schlecht damit ich sollte auch kein pass werden man der schuss von mir da war wieder so langsam was sind und gut gebarmt ja was steht wie den bischen buch habe ich ihr könnt ruhig und mit dem du sonst nämlich dann kommt der nächste schon ich habe auch kein boost hier und da hinterher zu gehen jetzt dass ihr dem lust kann ich nicht kommen sind kann ich jetzt habe ich sehen aber wenn ihr genug habt ihr ich habe mich drüber gespielt dieser anspanne bei deinem booster wenn ich ich habe noch nicht okay ich wollte noch mal die mitte passt recht getroffen meine tatsche sind gerade echt unterirdisch junge 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 ich könnte mich eigentlich hinten hinstellen und das ist schönes drei versus drei spielen wenn ich mich hinstellen kann entspannen kann und die anderen beiden machen die arbeit ist noch ein bier in der hand ja oder am besten ein whisky-cola da bin ich auch dabei oder so schön kalt aus dem kühlschrank einfach den coach macht da ist gar keiner hätte da wäre einer von den roten haben wir schon am torschluss gefasst gemacht habe ihn aber zerstört so ich habe mega boost geholt ich bin auch hinten bei uns im tor hat den einer schön ja wie sie war aber mit dahin ist richtig ist richtig ich wollte nur noch außen spielen ja die haben jetzt hier die erste haben ja dass das der alpha halt der beste ist dann wieder zerstört kein boost ich kann nichts jetzt machen lufttechnisch ja gut aber ich hab dich getroffen alles gut ja gut das war aber 3 1 3 1 das war jetzt hier gerade ein bisschen arg ich hatte ganze zeit kein boost und alles jetzt jetzt machen was jetzt machen mal ein deckel drauf 4 1 dann geben sie aufkommen kriegen wir jetzt habe ich so kann der denn ja da kam die aus dem nichts kommt raus vom balde kam er her ich sag ja wir machen das 4 1 und den deckel drauf als als wenn ich gewusst hätte mal eines denn schon was eine parade ja ist immer schön wenn die anderen dann toxisch sind ja schon da müsstest du eigentlich gewonnen haben als team auch schön ist einer ja ich gehe auf block und wurde zerstörter meist ja weg frei genau das was ich wollte allerdings habe ich den ball nicht aufs tor gebracht vorsichter gab ihn habe ich habe ihn sehr schön sehr schön aus dem tor ausfischen kann ich ja ins tor einschießen kann ich noch nicht kommen wir da schön die boost von den leuten da vorne dann haben die nämlich nichts zur verfügung gerade geht auch nicht leider schlechte ausgangslage die haben die hat noch eine komische spielweise gerade ja schön ja ich war jetzt auch deine ecke ja gut ja wir haben wieder gewonnen also und schon wieder der zu die zucht ja wir haben wieder gewonnen der hier fröhlich ja ja freunde ihr seht wir haben jetzt war das das vierte spiel jahr also ja es ging jetzt alles so schnell wir haben viermal gespielt viermal gewonnen der alpha ist unglaublich ja gerne gerne ja wir haben den ende des dienstags erreicht ich wünsche euch einen schönen tag denkt dran ihr müsst ihr liken kommentieren abonnieren damit ihr morgen den gast nicht verpasst ich diese euch jetzt auch nicht an aber ich sag mal so das wird ein gutes spiel das werden auch richtig gute spiele denke ich danke alpha für deine mitarbeit ich habe mich sehr gerne hat spaß gemacht ja wir hatten auch sehr viel spaß oder tombstone ja gerne wieder ja da würde ich mich freuen wenn wir das noch mal auf die kette kriegen und wir sehen uns ja sicherlich auch im stream dann ja dann kann man auch vielleicht beim streamer wir zusammenspielen und wenn ihr den stream nicht verpassen wollt unten in der video beschreibung mein twitch account so jetzt wünsche ich euch noch einen schönen tag euch beiden natürlich auch dem ralf im tombstone und dem alpha und alpha wir sehen uns am freitag ja wieder für das to be to know genau alles klar dann haut rein bis dahin ciao